Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so eine Lampenfassung ganz einfach öffnen und somit auch auseinander bauen kann, wenn hier die Mantelsperre innen drin das Ganze einfach verhindert. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch hierfür sind spezielle Videos an dieser Stelle einfach sinnvoller. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann können wir auch schon loslegen. Zuerst mal drehe ich mein Leuchtmittel gegen den Uhrzeigersink komplett raus und dann können wir uns auch schon nämlich das Innere hier drin mal genauer anschauen. Unsere Lampenfassung ist so aufgebaut, dass wir hier in der Mitte einen Fußkontakt haben und hier außen einen Ringkontakt. Und wenn wir bei dem Ringkontakt noch etwas weiter rüber schauen, dann sehen wir, dass hier nochmal so ein kleines Blättchen jetzt senkrecht dasteht. Und dieses Blättchen ist unsere sogenannte Mantelsperre. Wir können jetzt auch erkennen, dass hier außen zum Beispiel jeweils solche kleinen Plastiknasen nach innen zeigen und das Ganze verklemmt dann auch immer. Wenn ich jetzt hier also zum Beispiel mal meine Lampenfassung aufdrehen möchte, wirst du sehen, ich kann etwas drehen. Und jetzt ist mein Blättchen, also meine Mantelsperre gegen diese Plastiknase gegangen, weswegen es einfach nicht weiter geht. Und aus diesem Grund muss ich jetzt mit einem flachen Schraubendreher am besten einfach mal hier hineingehen und dann das Ganze leicht nach vorne aufhebeln. Bei mir ist es jetzt halt auch schon etwas nach vorne gegangen und nun kann ich nämlich auch dementsprechend hier immer weiter drehen. Und du wirst sehen, das Blättchen geht nicht mehr gegen meine kleinen Plastiknasen und somit lässt sich meine Lampenfassung jetzt nämlich auch schon ganz aufdrehen. Wenn es offen ist, erkennt man es nochmal besser. Hier dieses Blättchen ist unsere Sperre, die wo ich jetzt dann nach innen gedrückt habe. Und man sollte danach übrigens auch diese Sperre auch wieder etwas nach außen hinwegbiegen. Hat einfach den Sinn, dass danach natürlich meine Mantelsperre wieder greift. Denn aus sicherheitstechnischen Gründen macht das ja auch auf jeden Fall Sinn, dass man die Lampenfassung nicht einfach aufdrehen kann. Wenn wir übrigens noch unsere Leiter erreichen möchten, müssen wir einfach mal die Kappe hier noch etwas Richtung zu unserer Leitung zurückziehen. Und dann kommen nämlich auch schon unsere Außenleiter und der Schutzleiter hier zum Vorschein. Den könnte ich jetzt hier bei den zwei Schrauben auch noch abschrauben. Und hier unten wäre meine sogenannte Schutzleiter da. Und somit haben wir jetzt unsere Lampenfassung auch schon richtig geöffnet. Wenn dir für zu Hause jetzt übrigens ein Leuchtmittel, eine neue Lampenfassung oder auch so eine Leitung hinzulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken. Und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.